Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Kinder des Zorns. Der neueste Ableger dieser durchaus bekannten, aber nicht beliebten Stephen-King-Reihe. Und ich begrüße heute mein persönliches Zornes-Objekt Nummer 1, der Sven. Hallo Sven. Hallo. Der Felser des Zorns. Ich freue mich wirklich, ich meine es ernst, wirklich sehr mit dir diesen Film zu besprechen. Ich glaube nämlich, das wirst du nicht mehr wissen, eines unserer ersten privaten Gespräche beim Tele-Stammtisch drehte sich nämlich tatsächlich um diese Reihe. Weißt du es noch? Nee. Kinder des Zorns? Ja, wir hatten mal drüber geredet und es ging um das Thema Stephen-King-Verfilmungen. Und da haben wir beide die These gehabt, dass es eigentlich immer so ist, egal, es gibt gute und es gibt schlechte, aber wenn Kinder des Zorns im Titel drin ist, ist es eigentlich immer scheiße. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob sich das jetzt seitdem wir uns kennen geändert hat, auf jeden Fall ist jetzt ein neuer Kinder des Zorns am Start, der schon seit längerem fertig ist und jetzt endlich auch in deutsche Kinos kommt und zwar am 14. Dezember. Es ist also quasi ein Weihnachtshorrorfilm, wobei Weihnachten in dem Film keine neue Rolle spielt. Bevor wir uns jetzt um diesen Film kümmern, erstmal an dich die Frage nochmal, kennst du alle Teile von Kinder des Zorns? Nein, also eins bis drei, ja. Alles, was danach kam, ist an mir vorbeigegangen. Ich wusste gar nicht, dass es wirklich tatsächlich elf Teile gibt. Ja, es gibt elf Teile, wobei ich glaube, der jetzt hier ist ein Reboot, ein Remake, ein Prequel, ein Spin-Off, ein Legacy-Sequel, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kann man den auch gucken, ohne die Vorgänger gesehen zu haben, oder? Ja, also ich habe gelesen, es wäre ein Reboot, ganz normal. Okay, Reboot, ja, das macht auch am meisten Sinn. Ich kenne von Kinder des Zorns, glaube ich, ein paar mehr. Ich kenne auch die ersten drei und habe dann vor ein paar Jahren auch mal die letzten gesehen und ja, ganz ehrlich, also ich finde, es gibt keinen guten Kinder des Zorns-Films. Oder würdest du sagen, es gibt da Ausreißen, wo die noch ganz gut sind? Also den ersten habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Es ist aber auch schon sehr lange her, wo ich den das letzte Mal gesehen habe. Während der dritte, das Chicago-Massaker, wirklich ein Film ist, den man sich in geselliger Runde angucken kann und kräftig ablachen. Also da hat man noch ein bisschen Spaß, wobei es halt eher auf den Film negativ auswirkt. Aber das ist eine Spaßplatte mit ein paar Freunden. Also das ist Chicago-Massaker, ich dachte immer, es ist der vierte Teil, aber oh, dann ist der dritte, ist bei mir auch abgespeichert als so bad it's good. Richtig. Und die meisten anderen sind aber mehr einfach nur it's bad, just bad. Und wie sich jetzt der neueste Teil oder das Reboot schlägt, das werden wir euch jetzt verraten. Und Sven, kannst du uns eben kurz zusammenfassen, worum geht es im neuen Kinder des Zorns? In einer Kleinstadt in Nebraska, die von Mais lebt, geht es bergab. Die Felder verderben, Armut, Missgunst machen sich breit. Als bei einer Versammlung der Bürger entschlossen wird, den Mais platt zu machen, setzt sich dieser zur Wehr. Als ich den Film gesehen habe, dachte mein erster Gedanke, puh, das sieht eigentlich auf den ersten Blick gar nicht mal so verkehrt aus. Sieht jetzt nicht aus wie eine wirklich richtige hochklassige Produktion, aber wie ein Film, der zumindest von technischer Seite doch einiges richtig macht. Dann kommt der Horror recht schnell, also die Kinder zeigen sich dann von ihrer bösen Seite. Und dann irgendwann ist es passiert, dass ich da saß und dachte, warte mal, es geht hier eigentlich ja um, ja, wenn du so willst, so einen bösen Kult aus Kindern, die Erwachsene töten und ganz viele böse Sachen machen. Aber warum ist mir das eigentlich alles gerade so komplett egal? Warum ist das so spannungslos? Warum gucke ich mir das gerade an und fühle nichts außer die Frage, ob ich jetzt aufs Klo gehen soll oder erst später? Ist es dir auch so ergangen, dass du am Anfang große Hoffnung hattest oder gedacht hast, es könnte doch gut werden? Und wurdest du dann auch genau wie ich dann ein bisschen enttäuscht oder hat es sich bei dir dann doch eher die positive Meinung am Anfang gehalten? Als ich davon gehört habe, dass es ein Reboot gab, dachte ich, naja, gut, schauen wir mal, was kommt. Als dann bekannt wurde, dass Kurt Wimmer sich da Drehbuch und Regie unter den Nagel gerissen hat, da dachte ich noch, also ich mag ein, zwei Sachen von ihm ganz gerne, so im Actionbereich von früher. Da hatte ich dann noch, vielleicht dachte ich, vielleicht geht es halt mehr auf die Gorschiene, also erzählerisch würde es sowieso nicht großartig was werden. Und am Anfang war ich tatsächlich etwas überrascht. Die Intro-Sequenz fand ich sehr stimmig, ich fand es sah gut aus und hatte tatsächlich so ein bisschen Hoffnung, aber der Film wirft einfach zu viele Fragen auf. Und eine große Frage ist wirklich, ich glaube, Wimmer hasst Kinder. Naja, ich meine, wir beide haben ja dieses Jahr auch sein Expandables 4 Drehbuch verfilmt gesehen. Ich glaube auch, dass Wimmer einiges anderes noch hasst, muss man ganz klar sagen, aber du hast schon recht, der hat nicht nur Scheiße gedreht. Ich meine, seine Karriere begann ja damals vielversprechend mit Equilibrium, der jetzt meines Erachtens auch nicht so gut gealtert ist, aber der damals schon Eindruck geschutten hat. Aber ich muss auch sagen, Kinder des Thorns, hat der davor schon mal einen Horrorfilm wirklich inszeniert? Ich glaube nämlich nicht, ich glaube, nein, Equilibrium, Ultrawide, okay, Ultrawide war der Horror pur, aber es war kein Horrorfilm. Ich finde, du merkst diesem Film an, dass da jemand inszeniert, der von Horror keine Ahnung hat, weil da wirklich Sachen drin vorkommen, die hätte ein erfahrener Regisseur, Regisseurin, hätte daraus so viel rausholen können. Zum Beispiel halt eben gibt es da eine Szene mit Gas und Kindern und solchen Sachen, aber das wirkt halt einfach langweilig, es tut mir leid. Da passieren wirklich komplett schreckliche Dinge, aber sie werden so lustlos und redundant eingefangen, dass da für mich keinerlei Stimmung aufkam. Der Film ist nur gut darin, Einmalstimmung zu erzeugen und das ist wirklich unfremdliche Komik. Dazu kommen wir dann später. Ich sage nur so viel, wer immer schon wissen wollte, was Groot eigentlich nach den Guardians macht. Also, wie fandest du die Inszenierung des Horrors? Also, bist du da auch auf meiner Seite und sagst so, ja, das war gar nichts oder konntest du da noch ein bisschen mehr rausziehen? Nee, ich konnte mir leider außer viel lachen, nicht wirklich was rausziehen und ich fand auch, das hat alles gewirkt wie ein überdimensional langer Showdown. Du hast eine relativ gute Einführung und das mit dem Gas, da war ich auch da gesessen und dachte, okay, die punkten da jetzt dieses Betäubungsgas für Tiere rein und es passiert dann etwas und das wird komplett ignoriert. Also, der Sheriff sitzt dann auch danach einfach locker am Schreibtisch und sagt, ja, ist halt passiert, sorry. Äh, okay. Und mir wurde es auch nie erklärt, so richtig, warum haben die das mit dem Gas, also kurze Erklärung, das ist am Anfang des Films, da kommt es halt so eine Katastrophe, wenn ein Kind Amok läuft und sie halt via Gas dieses Kind stoppen wollen. Aber dadurch halt alles noch schlimmer machen, wo ich mir denke, das ist ein Junge. Ihr könnt nicht einen Jungen, der ein Messer in der Hand hat, mit acht Leuten überwältigen? Glaube ich euch nicht. Vor allen Dingen freuen die sich noch, die sehen da draußen und der sagt, hast du das Gas? Und das wird ja mit so einem Riesenschlauch da eingeführt, also in den Raum gepumpt und beide, die das Gas da reinleiten, freuen sich, wie die Bescheuerten stehen vorne dran und hä 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 hä. Und ich denke, okay. Was ich auch krass finde, dieser Schlauch, der liegt auch mitten in dem Zimmer, der liegt auch so, dass du denkst, die müssten den aktiv da rein mit reingetragen haben, die Kinder, ja. Und ich mir auch denke, du hättest diesen Schlauch einfach nehmen können und einfach weiterziehen können und dann aus dem Raum wieder rauslegen können. Das Problem wäre gegessen. Also da sind so viele so Kleinigkeiten in dem Film, die keinen Sinn ergeben. Aber tatsächlich ist der große Schwachpunkt dieses Films meines Erachtens, dass er keine Atmosphäre hat, obwohl er eigentlich prädestiniert wäre. Das Setting ist ganz cool. Böse Kinder gehen immer, ja. Aber der wirkt halt wirklich, ich muss sagen es nochmal, wie inszeniert von jemandem, der anscheinend noch nie einen Horrorfilm gedreht hat oder noch nie gesehen hat. Das ist sowas von atmosphärlos, nenne ich es mal. Das ist wirklich, also ich war wirklich überrascht im negativen Sinne, wie wenig mir dieser Film gibt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es ein großartiger Film wird. Aber ich dachte, dass er zumindest einen gewissen Unterhaltungswert hat, also beabsichtlichen Unterhaltungswert. Ich meine jetzt nicht unfreundliche Komik, weil die gibt es in diesem Film Unmenge, ja. Aber nein, das ist wirklich ein Film, der meines Erachtens vorne und hinten nicht funktioniert. Und wenn ich bedenke, wie viele gute Horrorfilme hierzulande nur auf DVD erscheinen und der kommt hier ins Kino, das ist schon hart. Sorry. Das stimmt, ja und da ist auch, also es wird nichts aufgebaut, du kannst überhaupt nicht, du hast einmal diesen Charakter, diese Charakterin Bo, die sich dem Kampf stellt, aber vom Rest erfährst du so gut wie gar nichts. Und ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, zumindestens mal am Anfang, auch, dass man die Jagd auf die Erwachsenen sieht. Weil die laufen dann auf einmal in die Stadt rein und dann brennt überall schon alles und okay, du kriegst ein, zwei Kills, kriegst du mit. Aber das war es dann auch und das hätte mich so ein bisschen, das hätte mich mehr interessiert. Außerdem, wie du auch schon gesagt hast, ist ja der, der hinter den Reihen wandelt, das ist ja, okay, hier ist es Groot, der ziemlich sauer ist, aber ja, du erfährst auch kein Background groß, gar nichts. Die setzen alles voraus oder ignorieren auch einfach alles und sagen, wisst ihr was, Groot ist stinkig und du kriegst auch nicht mit, warum jetzt Eden wirklich da auf ihrem Killertrip ist. Es wird zwar ein bisschen erklärt und du siehst auch einmal, dass Groot sie tröstet, aber die muss ja schon vorher Kontakt gehabt haben. Ja, wobei, das ist eine Sache, die ich positiv hervorheben möchte, diese, wie hieß sie, Eden, gespielt von der jungen Kate Moyer, die hat zumindest so ein, weiß ich, nicht, dass die jetzt gut spielt, das ist auch nicht ihre Schuld, weil sie ist ein Kind, das ist dann auch wieder eine Schuld der Regie, aber sie hat zumindest so eine gewisse Ausstrahlung. Also das ist noch mit dem das Beste, dieses kleine Mädchen, die, ich glaube, wenn man die richtig inszeniert hätte, wäre das wirklich creepy gewesen. Also da muss ich sagen, wenn es etwas gibt, wo ich sage, ja, das ist gut geglückt, dann ist es das Casting von diesen Kindern, gerade halt eben von dieser Kate Moyer heißt sie. Das ist echt traurig, dass da nicht so viel daraus gemacht worden ist und du hast es jetzt schon angesprochen, vielleicht sollten wir wirklich über die MVP dieses Films reden, ja. Ja, es gibt ja diesen, diesen Dämon, der immer genannt wird, der hinter den Reihen wandelt, so. Der, ich glaube, in ganz vielen Filmen nicht zu sehen ist oder nur so schemenhaft vorkommt. Das ist oftmals einfach so, ja, so blöd, es klingt irgendwie tödlicher Maiskranken oder so. Und in diesem Film wird er aber wirklich gezeigt. Jetzt muss man sagen, dass es im Prinzip sieht er aus wie Groot aus Scans of the Galaxy. Also stellt euch einfach diesen Groot vor, vom MCU, so als ob er ein Asylum gemacht hätte. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das Vieh aussieht. Es sieht null gruselig aus, es hat zwar ein paar brutale Szenen, aber die wirken jetzt auch nicht so besonders. Und ganz ehrlich, ich hatte einfach einen tierischen Spaß, weil dieser Film dieses Mistvieh einfach so prominent in Szene setzt. Und ich dachte mir, ey, ganz ehrlich, es ist schon echt schade für Groot. Du fängst halt ganz oben an und landest dann irgendwann nach dem Ende des dritten Teils von Guns of the Galaxy bei Kinder des Zorns Reboot. Und das heißt quasi für mich, spätestens in einem Jahr wird Groot beim Weekend of Fear neben Michael Metzen sitzen und sich zusaufen und irgendwelche Fanfragen beantworten. Und für 50 Euro bekommst du nur ein Autogramm. Das ist, so geht's ab mit irgendeinem MCU her. Tragisch, oder? Ja, so sieht's aus. Also ich musste auch, als ich ihn gesehen habe, dachte ich auch, okay, gut, Groot ist auf dem absteigenden Ast. Das ist genauso wie halt die Bilder von R2-D2 auf Drogen, der jetzt irgendwie als Mülleimer rumläuft. Aber das war wirklich, und sie haben halt, der sieht halt auch nicht gut gemacht aus. Wenn du den nur so von der Seite und die Ranken so ein bisschen siehst, ist das noch okay. Aber wenn er dann durchs Maisfeld läuft und dann irgendwelche Leute zerteilt, wirkt es halt lächerlich und nicht furchteinflößend. Ist leider so. Der Film hat dann noch so dieses typische Horror-Ende, wo sie dann zumindest eine Schrecksekunde noch generieren, die, ja, die hat schon was, so das letzte Bild. Aber es reicht nicht aus, dass es den Film in irgendeiner Art und Weise rettet. Und ganz ehrlich, es ist auch wieder so, dass man sich denkt, boah, dieser Film muss halt nur 1,50 Dollar Gewinn machen. Und wir haben in spätestens drei Jahren den nächsten Teil an der Backe. Und ich glaube, wir haben das jetzt in den letzten zwölf Minuten perfekt herausgestellt. Boah, ey, das ist kein guter Film. Nee, aber ich befürchte auch tatsächlich, dass es weitergeht. Weil du hast halt ja den obligatorischen Schluss, wie es halt sein muss. Wobei mich Eden immer so ein klein bisschen an Greta Thunberg erinnert hat. Frag mich nett, warum. Aber ich habe mir so zwischendrin gedacht, ist das vielleicht die neue Friday-for-Future-Generation? Kann man durchaus so reinlesen, das stimmt. Man kann da durchaus auch interpretieren, dass das so eine Art Aussage über diese Demonstrationskultur der heutigen Jugend ist. Das kann man durchaus machen, ja. Und ich sage mal so, besser eine Greta Thunberg-Anspielung, als steh mal einmal vor, der Anführer hier bei den Kindern des Zorns würde an Philipp Amthor erinnern. Das wäre ja noch schön, das wäre ja, wobei, das wäre ein richtiger Hauch. Das wäre dann ein richtiger Hauch und dann könnten wir beide gegeneinander kämpfen lassen. Im zweiten Teil steht dann neben dieser Eden dann so ein Philipp Amthor. Eden, du alte Zerstörerin. Oh Gott, wir bringen sie auf Ideen, das sollten wir nicht tun. Oh Gott. Wenn du nichts mehr hast, außer dein Fazit, würde ich sagen, können wir zu diesem auch kommen. Ja. Gut, ich mache mal einen Anfang. Es ist einfach echt kein guter Horrorfilm. Es ist auch kein guter Film. Es ist ein Film, der nicht ins Kino gehört, meines Erachtens. Warum er ins Kino kommt, ich weiß es nicht, vielleicht wegen dem Namen. Aber ganz ehrlich, Kinder des Zorns, zieht das noch so? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn euch dieser Film wirklich interessiert, dann bitte guckt euch ihn an. Aber wie ich schon sagte, ich finde es echt unfair. Es kamen so viele gute Horrorfilme dieses Jahr raus und viele davon nur auf DVD oder im Heimkino. Und so eine Katastrophe, nenne ich es mal, darf auf die große Leinwand kommen. Das ist schon echt nicht so toll. Und wenn ich bedenke, dass Lion das rausbringt, die auch dieses Jahr diesen ätzenden Winnie Pooh ins Kino gebracht haben, denke ich mir, ach Leute, habt ihr nichts Besseres in eurem Portfolio? Also, das ist ein bisschen, ich weiß nicht. Also, naja, gut. Jedem das Seine, meins war es definitiv nicht. Ein Film, der aus dem Giftschrank kam und dort auch wieder hingehört. Und ich bitte darum, wir haben genügend Franchise, wir brauchen nicht noch einen 13. Kinder des Zorns. Aber sei mir ehrlich, er wird kommen und vielleicht werde ich mich auch ansehen. Das wäre meine Meinung, Sven, du bist dran. Also, ins Kino gehört er definitiv nicht. Ich hatte trotzdem so ein bisschen meinen Spaß. Es gibt ein, zwei Szenen auch bei der Bürgerversammlung, wo die Eltern ihre Kinder wirklich bis zum Umfallen runterputzen, angucken. Er hat seine Schwachstellen für einen Abend mit Kumpels, ein bisschen Bier und ey, wir gucken uns was Bescheuertes an. Dafür finde ich, ist er gut. Alles andere, nee. Und ich will auch keine Fortsetzung mehr. Das Thema ist für mich auch ausgelutscht. Machen wir Deckel drum. Sven, vielen Dank, dass du mit mir über Kinder des Zorns geredet hast ab dem 14. Dezember in den deutschen Kinos. Danke ihr da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Und natürlich auch auf unserer eigenen Webseite www.tele-stammtisch.de. Ich sage vielen Dank, ich sage Tschüss und Sven, dir gebt das letzte Wort. Tschüss, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.